so ihr lieben herzlich willkommen zurück auf meinem sports gaming channel hier heute mein zweites video zu topspin 2k 25 leute wir haben erstes gameplay im netz hier von ign ich werde also auch die quelle dieses videos unter meinem video entsprechend ordnungsgemäß verlinken und dann schauen wir uns auch noch einen weiteren trailer heute an und wir sehen erstes gameplay und erste inhalte lizenzen und erste spieler die auch drin sind und da würde ich mal sagen let's go da natürlich beide videos entsprechend auch musik im hintergrund haben ich möchte keine urheberrechts verletzung begehen insofern habe ich das mal stumm geschaltet und werde das selbst kommentieren wir schauen uns jetzt hier mal topspin 2k 25 von ign an sie schreiben spielt sich im prinzip schon so wie es sich immer gespielt hat und ich würde mal sagen das ist natürlich dann auch ein erstes kleines kompliment ihr seht es jetzt hier topspin aus 2003 hier die damaligen bewertungen xbox beispielsweise hier ja bisschen unscharf aber ich denke man kann es schon ganz gut erkennen ist eins zu eins hier diese aufnahme von diesem video man sieht die wuchtigen schläge die schönen animationen einfach was tennis auch ausmacht und das ist natürlich schon echt eine coole sache dann haben wir hier topspin 4 aus 2011 und hier seht ihr erstes gameplay leute ihr seht hier erstes gameplay ich habe irgendwo auch eine demo einblendung gesehen das heißt ign wird hier vermutenderweise eine demo logischerweise zur verfügung gestellt bekommen haben ihr seht jetzt hier zum beispiel mal entsprechend schon mit ersten spielern den haben wir erkannt andry agassi so hier gehen wir mal zurück und hier können wir schon noch erkennen john meckenrohr seht ihr bitte den zweiten von rechts unten mit dem unverwechselbaren stirnband andry agassi dann haben wir hier roger federer mit werten von 66 bis 91 serena williams beispielsweise klar das sind ja auch zwei coverathleten das war schon klar dass die mit dabei sind aber hier können wir schon mal ein bisschen was erkennen so wird dann auch immer mal vielleicht pause machen wenn es irgendwas noch mal zu zeigen gibt wir schauen uns das mal an carlos alcaraz ja der shooting star im herrentennis meiner meinung nach und hier sehen wir richtig schönes gameplay und das schaut doch schon mal gut aus wäre fast geneigt zu sagen dass das steffi graf ist aber ich glaube das war sie nicht hier schaut euch das mal an wie das von der gameplay mechanik aufgebaut ist und das sieht schon mal wirklich echt gut aus das ist steffi graf leute das ist steffi graf natürlich ist das steffi graf mensch ich muss auch mal an mich glauben also andry agassi und steffi graf eines der prominentesten weltsport paare kann man ja eigentlich heute schon sagen ist also im spiel vertreten in welcher version das ist noch mal eine andere geschichte ist ja schon bekannt dass es drei versionen gibt das video werdet ihr übrigens am morgigen tag von mir im laufe des tages bekommen aber jetzt bleiben wir erst mal hier bei dem ganzen hier also hier gibt es also auch eine trainings halle ihr könnt wohl auch mit john meckenrohr trainieren so ist das wahrscheinlich aufgebaut so habe ich es jetzt auch hier im video gesehen und schaut euch das mal an hier das sieht doch schon mal gut aus zack typische andry agassi der seine rückhand unverkennbar einspringt sieht schon mal sehr authentisch aus und gefällt mir hier könnte trainieren sieht auch gut aus hier andry agassi gegen den spanier zack und hier steffi graf im hintergrund die an diesem ball nicht mehr rankommt übrigens auch schön die plätze und habt ihr es auch gesehen es war sowohl ganz am anfang war schon mal roland garros zu sehen sprich die french open dürften demnach lizenziert sein und auch die us open ich gehe mal grundsätzlich davon aus dass 2k hier keine halben sachen gemacht hat und ich würde mal mutmaßen dass sie alle vier großen grand slam turniere entsprechend mit wimbledon den us open den australian open und natürlich den french open im lizenzpaket drin haben und das wäre schon mal mega es wird übrigens auch wenn ich es jetzt hier schon so ein bisschen mal vorweg nehme oder auf social media meine auch schon als stichwort gelesen zu haben ich glaube es gibt auch einen sammelkarten modus ja es ist natürlich 2k aber ganz ehrlich auch da habe ich bock drauf sage ich euch gleich mal so wie es ist nur mal am rande also das sieht doch schon mal echt gut aus leute sieht wirklich gut aus gefällt mir das was ich hier sehe gefällt mir ich wünsche mir einfach nur ein spiel was funktioniert was schick aussieht was auf moderne plattformen abgegradet worden ist sage ich jetzt mal und wenn sich das so wie letztmal ich in 2011 spielt dann bin ich persönlich glücklich so beziehen uns jetzt hier noch den entsprechenden ankündigungstrailer rein ihr seht es jetzt hier roger federer und serena williams gehen rein beide übrigens von von der modellierung gut geworden hier auch schon mal der hinweis dass einige sachen in gamekäufe sein können wenn man die spieler hier sieht ich denke das kann man dann schon mutmaßen dass nicht alle jetzt gezeigten spieler auch jetzt von dem ersten video ich könnte mir steffi graf und andrew agassi vorstellen dass die wahrscheinlich in einer der beiden sondereditions oder in den sondereditionen in gänsefüßchen nur drin sind an ansonsten möglicherweise optional als entsprechendes ja wie soll ich sagen charakter pack als zusätzliches spieler pack aber das sieht schon gut aus hier übrigens noch mal die us open game satz sieg das sind übrigens auch die drei versionen das können wir uns hier schon mal anschauen die werde ich euch morgen noch entsprechend vorstellen welche version was beinhaltet und was auch kostet sehr interessant und ich freue mich tierisch muss ich euch wirklich sagen ich freue mich tierisch drauf ich habe mich selten auf ein sport spiel so gefreut wie dieses jahr auf topspin 2k 25 sicherlich auch weil der vorgänger aus 2011 ist und weil das eigentlich dann doch entsprechend irgendwie halt ohne ankündigung auf einmal im januar eine information war von 2k hey leute es gibt endlich mal wieder neues tennis spiel und sie sind damit auch ein bisschen mit der tür ins haus gefallen ohne großartig andeutung in der jüngeren vergangenheit zu machen und das ist natürlich eine coole sache leute wenn euch das spiel interessiert werden euch content dazu interessiert wenn euch sports gaming generell interessiert dann haut doch den abo button hier auf an seid gerne mit dabei aktiviert die glocke und keine videos zu topspin 2k 25 und natürlich auch gerne anderen sportspielen auf dem kanal zu verpassen leute dankeschön erstes gameplay ich bin raus so macht spaß und dann gerne mit den nächsten videos auch zu topspin 2k 25 wieder auf meinem kanal macht's gut leute tschau tschau